Eure Mutter und ich lassen uns scheiden. Monogamie ist unrealistisch. Monogamie ist unrealistisch. Damals habe ich das Wort nicht verstanden. Aber heute weiß ich genau, was er damit gemeint hat. Ich bin eine moderne Frau, die weiß, was sie will. Wir hätten gerne zwei Mimosas. Gut, ohne Orangensaft. Also, Champagner. Oh, okay. Du musst keine Angst vor der Ehe haben, nur weil du das Konzept nicht verstehst. Du ziehst ihn so an, damit keiner andere mit ihm Sex haben will? Das ist cool. Hey! Ich habe einen super Job bei einem Männermagazin. Ey, du schreibst über diesen Sport, Doktor. Was kann das hier? Verfolgen Sie Sport? Verstehe ich drauf. Ihr Lieblingsteam ist? Die Orlando Blues. Wollen wir noch was trinken gehen? Ja. Mein Freund wurde also intim. Ja. Geschlechtsverkehr. Es war lustig, aber unsere Reise ist vorbei. Wir sollten ein Paar werden, so sehe ich das. Nö. Doch. Nein. Doch. Dating Queen. Ab 13. August im Kino. Dating Queen. Vielen Dank.